in der letzten folge haben wir ein schattentheater gemacht in dem wir quasi die hauptfigur waren und müssen jetzt dieses karussell an die spitze von dem karussell was nicht ganz so einfach ist hier haben wir noch eine kugel we are you okay up there you need any help here jump on this ah dankeschön i think you're gonna need to get that beacon working ok 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 da habe ich für uns festgehalten gut nein also gut noch mal Nein. Ah. Ah, ja. Ah, okay. Aber zum Glück sind wir hier irgendwo gelandet und finden noch eine Kugel. Okay. Ja, okay, dann weiß ich jetzt, glaube ich, wie wir hier... ...oder auch nicht. Ja, okay. Ja, doch, ich denke mal schon, dass ich in die Richtung muss. Genau, so. Okay. Vielen Dank. Natürlich bricht sie das irgendwann noch bald. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Zirkus. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob da nicht so eine Kugel irgendwo war. Ah, okay, dann müssen wir ja nochmal da hoch. Das erspare ich euch jetzt mal. Und auch mir. Und wir gehen zurück zum Zirkus. Vincenzo kam zurück. Hey, was du denkst, Vincenzo? Du hast immer versucht, die Trapeze zu versuchen? Sie sind gut, was sie tun, Herr Fenris. Ich gebe dir das. Ich habe meine Ballon, ich habe eine Prinz für mein Theaterpuppet, und mein Piratet ist saufsend die Bounden. Also, du bist ein Mann von deinem Wort. Geh, es geht. Es ist alles da. Herr, du brauchst ein Hand mit deinem Wort? Meine Apparatus sind sehr delicatte, und ich bin nicht jemanden in meinem Workshop. Ich gebe dir die Zuschauer, Herr Fenris, und ich gebe dir... ...Amerzum. Herr Fenris, warum bist du organisiert, Frau Serkis? Ich weiß, wer deine Investoren sind. Ich versuchte meine Frau und Frau, ich versuchte meine Arbeit. Aber wenn ich nicht in die Runde für dich, die Jungs werden dich in die Rive. Without Kat und Didi, ich würde nicht viel interessieren, wenn sie das tun. Oh. Also, diese Runde besser kommen. Ich habe ihn nicht gesprochen. Ich habe ihn nicht gesprochen. Ich habe ihn nicht gesprochen, Mincenzo. So, und da hier gespeichert wurde, werde ich hier die Folge mal beenden. Wir sind vielleicht etwas kürzer. Aber ich muss mich auch hier nach Speicherpunkten richten, leider. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.